Wir kommen zur Aktion. Ich schreibe, oder? Ja, ich glaube. Du siehst leider gestillt aus. Hä? Wie gestillt ist jetzt? Das ist sicher zu gut. Da hat man bereits angreifend. Tische. Ja, die sind zu schreien. Okay. Wie gucken wir? Ja. Das ist ein bisschen zu los. Das ist ein bisschen zu los. Das ist ein bisschen zu los. Und die sind so zu los. Vielen Dank.